Früher habe ich um spirituelle Menschen, esoterische Veranstaltungen, alles was damit zu tun hat, den riesen Bogen gemacht und heute, ja, spanne den Bogen für die Menschen. Als das dann einfach über Nacht da war, diese Zeichen am Himmel, das Sehen, das Hören, das Fühlen, dann ging es einfach nochmal anders, dann war es da. Ich bin von Beginn an in diesem zellgenetischen Wissen geführt worden. Am Anfang habe ich gedacht, das kann doch alles gar nicht wahr sein, was da für Informationen kommen über die Zusammenspiele zwischen Körper, Zelle, Bewusstsein, Unterbewusstsein. Meine Arbeit möchte den Menschen Brücken bauen. Brücken, über die ich sie ein Stück weit begleite. Und über manche Brücken dürfen sie auch selber gehen, ganz alleine gehen. Das Leben kann so schnell an uns vorbeiziehen und ich sehe mich einfach auf dem Platz, die Menschen in ihre Bewusstheit zu führen. Gerade in den Paar-Coachings ist das so schön zu sehen, wie sie oft nach so langer Zeit, wo sie aneinander vorbeigelebt haben, wieder zu sich finden. Und ich empfinde es als ein Riesengeschenk, dass ich mit Robert zusammen diesen bewussten Weg habe gehen dürfen. Auch heute arbeiten wir noch eng zusammen. Gerade in meinen Coachings schicke ich die Frauen echt total gern zu Robert in die Hypnose, weil ich sehe, wie schnell das dann sich in manchen Dingen verändert und sofort Leichtigkeit einkehrt in schweren Themen, die sie auch haben. Die Hypnose mit der arbeite ich sehr gern, da sie sich sehr gut eignet, um Themen individuell sehr effizient anzugehen und zu lösen im Unterbewusstsein und in der Zellgenetik. Wenn du es eilig hast, geh langsam. Wenn du dich orientieren willst, bleib stehen. Das Allerwichtigste ist, dass die Menschen ihre Herzen öffnen, ihre Herzen für ihr Gefühl, dass sie sich selber wieder anfangen zu fühlen und zu spüren. Denn das ist der erste Schritt, um sich näher zu kommen. Und jetzt spüre ich in meinem Herzen so richtig die Freude auf die nächsten Schritte im Frauenprojekt in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, auf das Buch, das gerade entsteht, mit Osira weiterzugehen, der Informationsmedizin der heutigen Zeit. Und das ist mein Weg. Also z Bryce, wie nächste Woche, Untertitelung des ZDF, 2020